Ja, es hat nochmal ca. 15 Jahre gedauert, bis das Know-how nach den letzten Kommune-Experimenten, bis das Know-how für Mini-Staatsprojekte, Kommune-Projekte, Gemeinwohl-Staatsprojekte, Gemeinwohl-Wirtschaft vollendet wurde und vor drei Jahren dann auch in the World Council of Vice-People-Weltrat und Arbeitskreis NextScientistsForFuture.de vorgestellt wurde. Das heißt, wir haben jetzt alles Wissen zusammen, das grundsätzlich dafür geeignet wäre, ein super glückliches Leben zu führen, super glückliche Staaten, eine super glückliche Welt, aber auch einfach erst einmal super glückliche Kleinkommunen hinzukriegen. Und am Dienstagabend beginnt bei uns der nächste große Anlauf und zwar in Köln, in Köln-Süd, der Beginn rund um den Klotwigplatz sozusagen. Köln-Süd, das Kölner eigentliche Zentrum, Köln-Süd rund um den Klotwigplatz, da versuchen wir ganz klein neu die super glückliche Kommune aufzubauen. Und ja, bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, ja. So, wir haben hier, dann, was gibt es da alles? Sie können sich informieren auch noch, es gibt dazu also auch die Partei des Gemeinwohls, ja. Da ging es, würde es darum gehen, das Ganze als Staatsform, das super glückliche Leben als Staatsform, als wählbare Partei. Aber darum, das ist jetzt gerade der Schwerpunkt für diese Einladung. Die super glückliche Kommune in Deutschland mit wissenschaftlicher Supervision, Gemeinwohlkommune. Das ist auch ein Bild, eines der Bilder von mir. Das ist ein anderer, der zweite Supervisor vom Supervisionsteam, der medienbekannte Diplom-Theologe Jürgen Wagner oder Öff, bekannt von Menschen bei Maischberger, Stefan Raab, NDR, SWR und so weiter und so fort. Und hier steht auch schon die Telefonnummer, uns direkt anzurufen, also 0 2 2 1 4 3 0 8 2 5 2 7, nach Dillen fragen, hier, nach Dillen fragen. Und ja, und dann kann es losgehen, ab Dienstagabend ist ein neuer Anlauf nach 15 Jahren, nachdem wir jetzt genau wissen, wie es gehen kann und wie es nicht gehen kann. Das bedeutet übrigens nicht, also nochmal zurück hier, das bedeutet nicht, dass wir das hinkriegen, denn es gibt immer noch die Gegenthese, dass die Marktwirtschaft, im Gegensatz zur Gemeinwohlwirtschaft, die Menschen so zerstört hat psychisch, dass sie zu einem geistigen Ausstieg aus der Gehirnwäsche der Marktwirtschaft gar nicht mehr in der Lage sind, dass sie also Ego und Mind und Konditionierungen der Marktwirtschaft gar nicht mehr loswerden können grundsätzlich. Das kann sein, das werden wir sehen, aber wir probieren es mal wieder ab Dienstagabend in Köln. So, also anrufen hier, die Telefonnummer war da gerade und ja, ich bin mal gespannt, dann geht das hier weiter. Da können Sie auch gleich schon mal mitreden, gleich mal was posten in der freie-argumentekultur.de. Das ist so auch ein Forum, das eben von dem zweiten Supervisor, Diplom-Theologe Jürgen Wagner ins Leben gerufen wurde. Dann hier das Weltratforum, da kann man auch immer sofort was schreiben. Dann nochmal so ein Bild von mir in der Juppie-Variante. Dann hier zum Beispiel der kleine Flyer der Partei des Gemeinwohls. Hier nochmal der Öff-Öff, Diplom-Theologe Jürgen Wagner. Und wo wir dann auch am Samstag immer, jetzt mal so ein paar Bilder von Leuten aus dem Samstag hier. Das ist nochmal so ein Bild von mir, so Corona-mäßig etwas zugewachsen mit ein bisschen mehr Bart und längeren Haaren und so weiter. Das ist der Louis vom Projekt Morgen heute. Auch dort kann Kommune natürlich weitergebaut werden. Auch beim Louis kann man sofort dazu ziehen. Das ist, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern. Es sind ja insgesamt zehn, über zehn Locations stehen zur Verfügung. Und das Neueste ist halt jetzt diese kleine Möglichkeit hier in der Kommune Köln. Das nochmal ein Bild von mir ohne Brille jetzt mal. Und das ist Gela, die auch am Dienstagabend eben mit beginnen will mit dem Kommunenaufbau. Hier nochmal aus dem letzten Samstag. Also das heißt, der Versuch jetzt in Köln wieder zu beginnen, im Prinzip ist das Optimale, womit man beginnen kann, ist immer zwei Frauen, ein Mann. Und da werde ich eben nicht nur Supervisor sein, sondern ja eben auch mit wohnen, mit leben und das im ganz kleinen Rahmen. Also das machen wir also im ganz kleinen Stil sozusagen, eben so eher vielleicht so, eher so Isomatte und Schlafsack lebend sozusagen, weil das natürlich jetzt ganz klein beginnen muss. Und dann muss man schauen, dass man direkt in der Nachbarschaft weitere Wohnungen dazu anmietet und so weiter. Aber erstmal das Wichtigste ist überhaupt, ob die Menschen gut miteinander ins Gespräch kommen. Denn ohne freie Argumentekultur ist alles nichts. Jetzt, na, also anrufen und dann zeige ich jetzt nochmal kurz hier, ach so, das war jetzt verkehrt. Ach nee, da muss ich das aufrufen. So, da ist nochmal die Homepage von Weltrat. Next, hier so, da kann man es eintippen, nexts4f.de und dann kann man das hier alles lesen, dass man sieht. Also alles Know-how ist vorhanden, aber schaffen das die Menschen? Sind die Menschen in der Lage, sich zu entmanipulieren, zu dekonditionieren von der Gehirnwäsche der Marktwirtschaft? Oder geht das einfach nicht? Das kann ich Ihnen nicht sagen, das ist gar keine Ahnung. Das probieren wir jetzt halt mal wieder nach 15 Jahren, jetzt wo wir das Know-how komplett haben. Vorher waren die Kommunen-Experimente gute Zwischenergebnisse, in denen auch schon sehr viel glückliches Leben stattfand. Aber fertig geworden ist das alles eben erst in den letzten Jahren und jetzt kommt erst wieder der neue Gang. Ja, und dann haben wir hier, was haben wir hier noch? Da drüben kann ich Ihnen noch zeigen, die Partei des Gemeinwohls, PDG, die kompetente.beepworld. Da können Sie auch sofort ganz viel lesen über das Grunddenken, also das, was wir heute wissen über die, wie die Marktwirtschaft uns unser aller Leben ruiniert hat und zerstört hat und wie die Lösung aussieht, wie die politische Lösung aussieht. Das würde in der Kommune erst einmal nicht eine Rolle spielen, es sei denn, sobald jemand aus der Kommune anfängt, Dinge nach außen zu verkaufen, dann muss sofort auf Gemeinwohlwirtschaft umgestellt werden, weil man sonst in die gleiche Hölle wieder gerät, in die Hölle der Marktwirtschaft wieder zurückfällt sozusagen. Also ist das ungeheuer wichtig und jetzt gucke ich nochmal hier so, hier steht zum Beispiel die, da wo Sie auch am Samstag dann gleich mitmachen können, die nächsten Parteitalkshow Termine 20.15 Uhr. Aber hier, ich meine jeden Samstag, also hier, das hüpft so sehr, jeden Samstag 20.15 Uhr, unser Samstag, also das ist von all diesem Imperium insgesamt sozusagen und ja, und da können Sie hier sich mit einer E-Mail oder Sie können direkt anrufen und kurz plaudern und dann kriegen Sie die letzten fehlenden Buchstaben für diesen Link. Die können für die Online-Teilnehmer und dann kriegen Sie die letzten drei fehlenden Nummern, wenn Sie telefonisch dabei sein wollen, wäre auch nett, wenn Sie vielleicht ein Bild von sich schicken würden. Hier ist die, hier die drei, letzten drei Ziffern, die kriegen würden Sie dann auch telefonisch kriegen oder Sie schicken eben die Mail und kriegen dann einen Rückruf mit Ihrer Telefonnummer und kriegen einen kurzen Rückruf und dann können wir mal kurz plaudern und dann sind Sie schon dabei. Und weitere Inspiration, das Ganze ist ja ein riesig dickes Imperium, ich zeige nur nochmal, was es da so alles gibt. Es gibt dann so alte Homepages, ja, gucken wir doch mal hier, was ist das hier? Ja, genau, ja, genau, nochmal so eine alte Variante der Homepage, hier die rad-derweisen.beatworld, dann haben wir auch nochmal eine Art, Achso, das ist jetzt nochmal, was war das jetzt, und das ist jetzt Weltrad der Weisen, das ist auch nochmal quasi eine Kopie dieser alten Homepages. Und da können Sie sich nochmal reinlesen, also weltrad-derweisen.beatworld.de, dann haben Sie hier rad-der-weisen.beatworld.de, und ja, und dann können Sie eben auch hier drüben dann, Was ist das jetzt noch? Achso, das war das andere. Und dann können Sie, es gibt also unendlich viel zum Studieren, das Ganze ist wie eine Mini-Universität, Idee des Mini-Gemeinwohlstaates und der Mini-Universität und so weiter. Und wenn Sie wirklich jemals die Wahrheit ein besseres Leben wollten, wirklich jemals ein besseres Leben in einem besseren Staat oder gleich in einer besseren Wohngemeinschaft, Kommune, Mini-Staat und so weiter erleben wollen, und nicht nur pseudomäßig, dann haben Sie hier die Chance, ob wir es hinkriegen, ob Sie es schaffen. Also, ob Sie es schaffen, wird die interessante Frage sein, ob die Gela es schaffen wird. Also, Dienstagabend ist der Beginn, circa 19.30 Uhr geht es los mit diesem Experiment und eine nette Frau, nettes weibliches Wesen könnte eben gleich mit dabei sein, denn es ist sowieso immer so, idealerweise sollten sich Kommunen immer so entwickeln, zwei Frauen, ein Mann, damit immer das Leichtmatriarchale immer auch gewährleistet ist und dann zwei Frauen, ein Mann, dann zwei Frauen, zwei Männer, dann wieder drei Frauen, zwei Männer und so weiter. Das ist zumindest, es ist alles möglich und nichts ist festgelegt, da außer, dass wir einfach das Know-how anwenden, wie Menschen so glücklich wie möglich miteinander leben können, bei den gegebenen Realitäten, die wir nun mal jetzt haben, und ja, und ich zeige nochmal, also da können Sie sich Inspirationen holen, das wird immer so geschrieben, zum Beispiel, das hier ist ein Wort, dasheil.bebworld.de, das sind so kostenlose Homepages, also gucken wir gerade nochmal hier, das Forum, das habe ich Ihnen aber alles schon gezeigt, das ist das, was auch noch eine Inspiration sein kann. Ah ja, so können wir das nochmal gerade aufschlagen hier, sehen Sie, jetzt muss ich da wieder zurückgehen, machen wir das so, Sie sehen es ja hier, Gemeinwohlwirtschaftspartei, die erste der Erde, die kompetente.bebworld, so wird das geschrieben, eben biebworld.de, das können Sie als Zusatz, also an das Heil dranhängen oder an weltratherweisen.bebworld.de oder rat-der-weisen.de und so weiter. So finden Sie ein ganzes Imperium zum Thema viel, viel, ja, viel, viel glücklicheres Leben. Und wie gesagt, also noch einmal das zur Information, bei uns läuft alles kostenlos ab, selbstverständlich, immer Geld spielt keine Rolle. Wir dürfen auch von außen keinen einzigen Cent annehmen, wenn jemand die Sache unterstützen will, muss er eine eigene Werbekammerpanie finanzieren, um das Ganze bekannt zu machen, aber wir dürfen gar nichts annehmen, denn schon auch nur ein Euro irgendwo einzunehmen, korrumpiert die Psyche. Und das heißt, wenn ich ein Euro im marktwirtschaftlichen Rahmen einnehme, fängt schon der psychische Zerfall an, während, wenn ich im gemeinwohlwirtschaftlichen Rahmen, da kann ich Millionen Euro annehmen und es kommt zu keiner Vergiftung der Psyche, weil sozusagen die Gemeinwohlwirtschaft erlaubt immer nur Geldeinnahmen, wenn ich anderen Menschen Gutes tue. Dafür darf ich aber keine Irrtümer entwickeln, sondern muss sie der Gewahrheit entsprechend ihnen Gutes tun. Und das ist der Unterschied zwischen der Marktwirtschaft und der Gemeinwohlwirtschaft. In der Marktwirtschaft geht es immer darum, vorteilbringende Irrtümer zu entwickeln, mit denen man im Rahmen der Marktwirtschaft im Wettbewerb überleben kann und die anderen bestmöglich abzocken kann. Mit krankmachender Billignahrung, mit Zucker und Palmöl und allen möglichen anderen giftigen Substanzen, die aber wettbewerbsfähig sind, weil die Preise niedrig sind und so weiter in der Herstellung. Und in der Gemeinwohlwirtschaft ist es genau umgedreht. Nur wenn die Kunden sich gesünder entwickeln, kriege ich Geld. Also wenn man gemeinwohlwirtschaftlichen Rahmen, dann auch wenn die Kommune größer wird, dann einen gemeinwohlwirtschaftlichen Rahmen einführt, dann kann nichts mehr schief gehen. Dann kann auch Geld die Sache nicht mehr korrumpieren. Aber in der Marktwirtschaft reicht ein Cent aus, um den Anfang der Korrumpierung des eigenen Geistes, der eigenen Psyche mit vorteilbringenden Irrtümern in Gang zu setzen. Ich habe gerade letztens mit einer Frau gesprochen, die wollte eine Sendung machen über Gemeinwohlökonomie und solche Themen. Aber da sie selbst noch Geschäfte macht, indem sie Leute noch abzockt, indem sie denen irgendwas verkauft, was natürlich nichts mit der Realität zu tun hat, das ist ja überall in der Marktwirtschaft so, es werden ja immer nur Illusionen verkauft. Dadurch ist natürlich ihre Psyche auch verseucht gewesen, denn sie trägt natürlich jetzt all die vorteilbringenden Irrtümer mit sich rum. Auch zum Beispiel Marktwirtschaft ist doch nicht so schlimm, ist doch harmlos. Geschäfte machen in der Marktwirtschaft, da macht man doch nichts kaputt und so weiter. Aber genau das ist der Fall. Sobald man Geschäfte in der Marktwirtschaft macht, macht man leider alles kaputt. Es geht nicht anders. Das habe ich ja auch erfahren müssen, als ich nach 15 Jahren Tätigkeit in der Gesundheitssparte meine Praxis geschlossen habe, weil ich erkannt habe, wir richten ja alle nur Schäden an. In der Marktwirtschaft geht es ja auch gar nicht anders, als Schäden anzurichten. Entweder du erzeugst Dauerkunden und damit Dauerpatienten und Dauereinnahmequellen oder du kannst im Wettbewerb nur eins machen, Pleite gehen. Denn die anderen erzeugen mit allen ihren Mitteln ständig Dauerkundschaft und Dauerpatienten. Und wenn du daraus aussteigst und selber keine aus den wenigen Leuten, die zu dir kommen, keine Dauerpatienten und Dauerkunden macht und sie nicht in eine Abhängigkeit bringt, dann wird das nichts. Dann funktioniert das nicht. Also insofern, also soviel nochmal zur Bedeutung von Geld. Ja, also herzlich eingeladen. Ja, also Dienstagabend geht's los. Einfach anrufen, Samstagabend mit dabei sein im Kommune-Talk sozusagen und Gemeinwohl-Wirtschafts-Talk und so weiter. Und dann konkret Dienstagabend vielleicht mit Einsteigen mit der Keimzelle einer neuen Welt. So ist es gedacht. Ob wir es schaffen, ob sie es schaffen, liebe Zuhörerinnen jetzt gerade, und ob die Gela es schafft, das werden wir sehen. Das wird sich zeigen. Denn wir haben es mit dem mächtigsten Gegner der Erde zu tun, der alles zerstörenden Marktwirtschaft im Gegensatz zur Gemeinwohlwirtschaft. Das höllischste Wirtschaftssystem aller Zeiten, wobei kurz gefolgt von dem teuflischen System der pseudokommunistischen, pseudoplanwirtschaftlichen DDR-ähnlichen Systeme, die können Sie auch in der Pfeife rauchen, können Sie auch vergessen. Das sind also alles, was wir bis jetzt in den letzten 400.000 Jahren ausprobiert haben, war Müll und Plunder. Und jetzt geht es darum, neu das Richtige zu tun. Also, tschüssi, bis bald anrufen. Wo ist die Telefonnummer? Das zeige ich gerade nochmal zum Schluss. Ja, da ist doch die Telefonnummer. Bitte sofort anrufen. Tschüssi.